Die Trainerfrage, Trainerdebatte um Schwarz, ist Schwarz der richtige? Plan B, saudisches Geld, saudisches Geld, Hertha BSC News. Und bei Mepi wissen wir, es wird ein geiles Video, deswegen lassen wir erstmal ein Like da. Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu besprechen und zwar möchte ich zum... Aber jetzt ist der Ton wieder besser hier, ne? ...über Sano Schwarz sprechen, denn eigentlich sind wir uns alle einig. Die Trainerdebatte ist mal wieder eröffnet. Wir haben jetzt letztens auch schon in den Streams über Sano Schwarz gesprochen und die Meinungen gehen definitiv auseinander. Einige sind der Meinung, dass man mit Sano Schwarz auch in die zweite Liga gehen sollte, wenn man absteigt. Und andere sind der Meinung, dass Sano Schwarz hätte schon vor zwei, drei oder vier Spielen hätte fliegen müssen. Und das ist eine Thematik, die möchte ich heute besprechen. Ich möchte ein bisschen über Sano Schwarz sprechen, auch über die Reaktion auf die Niederlage gegen Hoffenheim. Denn dort gibt es auch ein interessantes Interview, was wir uns gleich durchlesen werden. Und danach möchte ich nochmal kurz über Triple Seven sprechen. Ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir genau erstmal über das Spiel gegen Hoffenheim und über Sano Schwarz. Denn, ja, das Hoffenheim-Spiel ist vergangen und ich bin ehrlich, ich bin richtig unzufrieden. Dieses Hoffenheim-Spiel hat für mich gezeigt, dass unsere... Das ist doch bei mir auch immer so. Ich habe diese Ausraster-Videos und danach mache ich ein relativ gemäßigtes Video. Das ist so ein Unterschied dann immer. ...echt noch nicht gescheckt, dass wir im Abschiedskampf angekommen sind. Wir haben uns gegen Hoffenheim echt vorführen lassen. Es war ein Offenbarungseid. Und im Endeffekt sind wir jetzt wieder mittendrin im absoluten Abschiedskampf. Wir stehen auf Platz 16. Hoffenheim hat uns überholt. Wir haben gegen einen direkten Konkurrenten verloren, wo es eigentlich verboten war zu verlieren. Und trotzdem haben sie es gemacht. Es war ganz klar verboten. Vielleicht sollte man den Spielern das mal sagen vor dem Spiel. Wir haben uns wirklich vorführen lassen und haben definitiv nicht unsere normale Leistung erreicht. Und Sano Schwarz ist auch ein Grund dafür, meiner Meinung nach. Ja, das Hoffenheim-Spiel war eine Katastrophe. Kein Kampf, kein Einsatz, keine Leidenschaft, kein Willen. Und irgendwie dieser Haufen hat nicht wie ein funktionierendes System gewirkt. Diese Dreierkette war genauso fehleranfertig und defensiv instabil wie die Viererkette. Und insgesamt weiß ich überhaupt nicht, was das Team in den letzten zwei, drei Wochen gemacht hat. Wir machen auswärts ganz schlimme Spiele. Nicht nur jetzt das Leverkusen-Spiel, sondern auch das Hoffenheim-Spiel hat gezeigt. Und davor war, was waren das Auswärtsspiel davor? Frankfurt? War ja auch nicht viel besser. Irgendwas in den Köpfen mit den Spielern ist, warum man auswärts nicht agieren kann wie zu Hause. Und Hoffenheim ist jetzt nicht gerade ein Hexenkessel. Ich finde, das Hoffenheim-Spiel hat gezeigt, dass wir wirklich ein riesiges Problem haben. Dass wir defensiv sowie offensiv einfach nicht bundesliga-tauglich sind. Dass unser Kader, vor allem die neuen Spieler, die wir jetzt im Sommer geholt haben, wie zum Beispiel Oremovic, Kenny, Rochel... Hat ehrlich Oremovic und Rochel total abgefeiert in seiner Winteranalyse? ...alsam riesen Flops sind und dass wir meiner Meinung nach kaum bundesliga-Qualität haben. Ich finde allgemein, dass das Spiel gegen Hoffenheim eine Katastrophe war. Es hätte nicht schlimmer laufen können. Wir haben uns vorfühlen lassen gegen Hoffenheim. Die waren 14 Spiele sieglos. Und jetzt... Das ist wirklich unglaublich, Alter. Es ist wirklich unglaublich, dass wir wieder diese Vollidioten vom Dienst sind, die deren Serie brechen. Es ist wirklich unglaublich. Habe ich schon gesagt, dass es so unglaublich ist, es ist unglaublich. Also, man verdrängt es ja. Man will ja gar nicht so viel daran denken, aber es ist unfassbar. Müssen wir jetzt zusehen, wie wir die Klasse halten. Eigentlich müsste mal irgendeiner eine Statistik erheben, wie oft wir Negativ-Serien wieder ins Positive von Gegnern umgewandelt haben. Wir haben uns von der schlechtesten Seite gezeigt. Wir haben uns wie ein Absteiger präsentiert. Und mit einer solchen Leistung gegen den 18. Platz weiß ich gar nicht, gegen wen wir überhaupt gewinnen wollen. Wir haben jetzt noch 9 Spiele offen. Aber 5 von diesen 9 Spielen sind Auswärtsspiele. Und irgendwas ist doch mit diesen Auswärtsspielen falsch, dass man sich jedes Mal so abschlachten lassen muss. Wir haben auch schon in den Auswärtsspielen in der Hinrunde echt keine gute Form abgeben. Haben immer Last-Minute-Tor kassiert. Gegen Mainz, gegen Stuttgart. Und es gab Nackenklatsche nach Nackenklatsche. Und jetzt... Digga, wirklich. Als ob man Schutzgeld zahlen müsste. Sano Schwarz gefragt. Erstmal, Sano Schwarz wird wohl VR-Trainer von Hertha BSC bleiben. Er hat jetzt 2 Wochen Zeit. Es gibt jetzt erstmal diese Länderspielpause. Ich hoffe, diese 2 Wochen Länderspielpause werden nicht ansatzweise so wie das Trainingslager in den USA. Übrigens, während dieser Länderspielpause gibt es ja das Benefit-Spiel gegen den Berliner AK für die... Ich fand so diesen Kommentar von einem so krass lustig, der vorhin geschrieben hat. Wir behalten Sandro jetzt noch. Aber wenn wir gegen BRK verlieren, dann fliegt er. Das hat mir den Abend schon versüßt, dieser Kommentar. Beim Opfer in Syrien, wo auch nochmal Spenden gesammelt werden. Ich glaube, Hertha BSC verkauft auch noch Tickets. Gehen Leute von euch da hin? Ich hatte auch überlegt, wenn ich es einrichten kann, dass ich eventuell hingehe. Gehen Leute von euch zu dem Benefit-Spiel? Vielleicht sehen wir da ja mal einen Hertha-Sieg. Einen Auswärtssieg. Vielleicht. ...Twitter-Kanal vorbei, wenn ihr auch zu diesem Spiel kommen wollt. Was, was, was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wir sollen zum Twitter-Kanal vorbeischauen, wenn wir zum Spiel kommen? ...Opfer in Syrien, wo auch nochmal Spenden gesammelt werden. Ich glaube, Hertha BSC verkauft auch noch Tickets. Schaut mal auf deren Twitter-Kanal bei. Ach so, auf deren, okay. Vorbei, wenn ihr auch zu diesem Spiel kommen wollt. Ja, soviel nochmal dazu. Aber, um jetzt wieder zurückzukommen. Hertha BSC hat jetzt erst mal eine Woche Pause. Die Länderspielpause steht an. Und Sano Schwarz ist sehr gefragt. Erst mal hat er jetzt ein Interview gegeben mit der BILD, wo so ein bisschen aufgeklärt wird. Sano Schwarz hat gesagt, dass das Spiel gegen Hoffenheim absolute Zeitverschwendung war. Zitat, so aufzutreten, das ist Zeitverschwendung. Leistung ist enttäuschend und frustrierend. Das muss Wut erzeugen. So wollen wir nicht auftreten. Die Basics müssen wieder stimmen. Und da... Oh Gott, Sven. Es hört einfach nicht auf. Ich fühle mich wie in einer gruseligen Dauerschleife. Ich fühle mich wie bei täglich grüßt das Momeltier. Ich fühle mich wie... Es gibt so viele Filme mit diesem Dauerschleifenszenario. Nee, wisst ihr, wie ich mich fühle? Wisst ihr, wie ich mich fühle? Ich sag's euch jetzt. Kennt ihr den Film Zimmer 1408? Mit John Cusack? Wenn nicht, guckt den mal. Den gibt's gerade bei Amazon Prime umsonst. Also wenn man Prime hat. Also so fühle ich mich. Der da in diesem Zimmer gefangen ist. Wirklich. Also einen Paukenschlag quasi nach dem nächsten erlebt. Es wird immer schlimmer. Er ist völlig am Verzweifeln. Und dann irgendwann hat er es geschafft, sich da rauszuretten. Und irgendwann hat er es geschafft, sich da rauszuretten. Und nachdem er es geschafft hat, sich da rauszuretten, fällt ihm auf, dass er immer noch im Zimmer ist. Und dass es alles eine Illusion war. So fühle ich mich bei Hertha. Nach jedem Neuanfang. Dennis, du geile Sau, Alter. Danke für 300 Bits. Guten Abend, dir geilen Typen. Hallo, hey. Grüße an den besten YouTuber der Welt, Alter. Danke für diese netten Worte und die Bits. Wenn Trainer wechselt dann jetzt. Ja, dann brauchst du es auch nicht mehr machen. Das sehe ich auch so. Nach einer Vorlage von Stephen King. Genau, Zimmer 14.08 von Stephen King. Stephen King ist ja sowieso eine absolute Legende. Kommt Iyuki nach der Pause wieder? Dadai wohl eine Woche Pause. Iyuki war ja eigentlich mal für März geplant. Aber noch trainiert er ja nicht mit der Mannschaft. Kann ich dir nicht sagen. Aber wir werden Updates, denke ich mal, bekommen. Ich glaube nicht, dass er gegen Freiburg auf dem Platz stehen wird. Das ist jetzt meine Einschätzung von außen. Truman Story. Ja, Truman Story ist auch ein sehr guter Film mit Jim Carrey, ne? Es wird Inhalt der Länderspielpause. In der Länderspielpause soll das Team gar... Nee, Truman Show heißt der Film, oder? ...zu den Bases gefühlt werden und man möchte... Zimmer 1892. Zimmer 1892, genau so fühle ich mich. ...wie der Android angreift. Außerdem geht Sano Schwarz jetzt in die Gespräche. Das heißt, es wird jetzt sehr viele Gespräche geben mit den Spielern. Vielleicht auch so ein bisschen mit einem psychologischen Aspekt, weil die Auswärtsspieler ist. Digga, das ist ja schön, dass ihr... Das sind auch... Ach, Digga, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit auf Sand hochmarken. Das ist auch nicht fair. Aber es nervt mich einfach. Alles nervt mich, was ich dazu jetzt höre eigentlich nur. Eigentlich durfte ich mir gar nichts dazu anhören. Das nervt mich einfach nur. Icke, danke für dein Prime-Abo. 14. Monat am Start. Geile ist, wenn man Prime hat, kann man auch Felizio kostenfrei abonnieren. Ja, das kann man super. Danke für diesen Hinweis nochmal. Liebe geht raus, mein lieber Icke. Leute, wir sind bestimmt in der Matrix. Ja, dann ist bloß die Frage, will man die Realität, ist die dann noch schlimmer oder ist sie besser? Oder haben wir gerade die falsche Pille geschluckt und sehen, wie die Realität ist? Dann will ich lieber wieder in die Nicht-Realität zurück. Kann ja nicht sein, dass man dort sich von einer ganz, ganz üblen Seite zeigt. Aber das war auch schon in den vergangenen... Das Drehbuch dieser Saison ist aber auch von Stephen King, Alter. Das Drehbuch der letzten drei Jahre ist gefühlt auch von Stephen King nach Vorlage. Hertha BSC seit 2019 nach Vorlage von Stephen King. Der war gut. Dass wir auswärts einfach nicht in unser gewohntes Leistungsniveau angekommen sind und hoffen hat... So, äh, X-Faktor-Style. Sie denken, die Geschichte ist ausgedacht? Falsch. Sowas ähnliches hat sich in der Nähe von Brandenburg in den Jahren von 2019 bis 2022 zugetragen. Pfiuh. Dann dreht er nochmal an so einem Globus. Ach nee, der hat ja dann immer so... Der dreht ja immer an so Sachen, die dann zweideutig aussehen. Ist es Realität? Dann zeigt er dir so ein Bild von einer Vase. Oder nur eine Täuschung. Auf einmal siehst du da ein Gesicht. Ich sage es so, dass wir auswärts einfach nicht in unser gewohntes Leistungsniveau angekommen sind. Und Hoffenheim, nehmt es mir nicht übel, Hoffenheim ist jetzt nicht gerade ein Hexenkessel. Das ist eine halbleere Arena, wo 30 Hoffenheim-Ultra stehen und da ein bisschen singen. Also da brauchen wir jetzt echt keinen Schiss haben. Irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel zu Schalke oder so gehen will, dann würde ich es ja noch halbwegs verstehen. Von daher muss definitiv irgendwas in den Köpfen sein, dass man auswärts so irgendwie Hemmungen zeigt. Und ich bin ehrlich, das Spiel... Vielleicht stimmt auch einfach der Matchplan nicht. Klar, kann auch an der Psyche liegen. Fußball ist viel Kopfsache. Oder Profisport ist generell sehr, sehr viel Kopfsache. Siehst du ja bei Stürmern auch immer. Aber es kann ja wohl nicht nur daran liegen, dass man auswärts deswegen so auftritt. Zumal die Unterstützung ja mal wieder grandios war. Grandios war. War ganz, ganz übel. Wir haben nicht gekämpft. Wir waren gar nicht eklig. Wir waren gar nicht aggressiv. Unser Passspiel war katastrophal. Es kann nicht sein, dass wir seit wirklich einigen Spielen eine Passquote haben, die unter 65 Prozent fällt. Das ist wirklich absolut bodenlos. Und das liegt nicht nur an den langen Bällen, die wir ständig schlagen, sondern auch allgemein. Ganz Kurzpassspiele. Vor allem diese langen Bälle. Ich würde es ja verstehen. Guck mal, lange Bälle würde ich verstehen, wenn du so einen Wandspieler hast wie Ajork, der ja die Bälle wirklich gut weiterleitet, abschirmt, festmacht. Aber wir haben keinen dieser Spieler. Was wollen die immer mit diesen langen Bällen? Die drei Stationen, die kommen einfach nicht an. Und das ist teilweise echt erbärmlich zuzusehen. Und auch das Verteidigen. Was ist denn mit unseren Verteidigern los? Was ist denn bloß mit Philipp los? ...individuelle Fehler verursacht, dass wir ständig Tore kassieren, wo man sich fragt, wie kann man denn da Tore kassieren? Dass wir die gegnerischen Offensivspieler so passieren lassen, dass wir teilweise nur Begleitschüsse gehen, anstatt aggressiv Mani Grätschüsse zu gehen, anstatt... Na, äh, ne... ...ne Escort-Service ist auf jeden Fall näher dran. An Grammarisch. Okay, das war jetzt wies. ...unser Tor mit Herzlut zu verteidigen. Das gibt's ja kaum noch. Und unser Pressing, unser Anlaufverhalten, das ist auch mehr als gruselig. Gruselig. Anstatt, dass wir die Priorisierung auf die Verteidigung setzen, setzen wir überhaupt keine Priorisierung und laufen... Ja, wir haben wirklich gar keine Priorisierung. Das ist einfach Real Talk, ja? Was war die Priorität in diesem Spiel? Hm. Philipp, wenn Bebu schneller ist als du, renn ihm einfach in die Hacken rein. Ein bisschen über den Platz und tuckern so ein bisschen vor uns hin. Ganz herzlich dein Michael-P-Punkt. Ich hab das Gefühl, dass die Spieler schon teilweise mit Hertha BSC abgeschlossen haben. Ey, die Angst hatte ich ja die letzten zwei Jahre auch schon immer, dass ich mir so denke, die wissen, die können gehen. Aber wir hatten ja dann mal dieses Patrick-Ebert-Interview gesagt, wo er auch gesagt hat, du, nach dem Abstieg flattern die Angebote nicht einfach zu. Vor allem so ein Serdar, der zweimal abgestiegen ist dann, auch nicht wirklich überzeugt hat. Also so richtig... Aber der findet ja wieder einen Bundesliga-Verein. Vielleicht... Ich hab auch immer die Angst, dass die Spieler dann einfach nur noch denken, ey, komm, der einfachste Weg, dann steigen wir halt mit denen ab. Ich hab hier ein neues Angebot, dann geh ich halt da hin. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Angstdenken von mir, aber ich weiß es einfach nicht. Joisko, danke für dein Prime-Abo. Zweiter Monat am Start. Das ist der DFB-Pokal. Icke schreibt, aber die VfB-Fans sind auch mindestens genauso gefrustet wie wir. Habe da jetzt auch mit einigen gesprochen. VfB und Hertha sind gerade die absolut formschwächsten da unten. Ja, Bruno Labbadia hat einen Punkteschnitt von 0,6 oder so, ne? Auch katastrophal. Absolut. Kevin, grüß dich. Dass sie nicht mehr alles für den Verein geben. Und das kann ein ganz, ganz übles Ende nehmen. Und Sandro Schwarz ist für mich so ein bisschen auch Grund dafür. Die BILD hat jetzt am Anfang der Woche, das heißt heute, einen Artikel veröffentlicht, wo man ein bisschen über Plan B philosophiert. Es gibt wohl einige Gerüste, dass Markus Giesdol, Trainer, also Ex-Trainer von Lockheed. Ist auch geil, dass die BILD jetzt, mittlerweile schreibt die BILD nicht mal mehr unseren Quellen zufolge. Das schreibt sie gar nicht. Sondern die BILD hat in dem Artikel geschrieben, man munkelt in der Fußballszene. Man munkelt in der Fußballszene, dass Giesdol der Nachfolger wird. Ja, das nenne ich mal Quellenangabe. Das hätte ich auch mal bei meiner Masterarbeit schreiben können. Unten Verweis 1. Vergleich, man munkelt in der Wirtschaftszene. Tief Moskau, der war auch schon mal in Köln und Hoffenheim aktiv, dass er wohl Plan B sein könnte. Aber der Bericht ist super spekulativ und darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Trotzdem recht interessant. Berlin Sub schreibt, danke Felicio, danke Chat, mir geht's schon besser, fühle mich nicht mehr so allein. Ja, dafür, dazu dient es ja. Sandro Schwarz steht wohl nicht auf der Kippe und soll auch mindestens noch das Freiburg-Spiel bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich mit dieser Entscheidung zufrieden bin. Sandro Schwarz, ich bin langsam echt skeptisch, was das angeht. Ich bin sogar sehr skeptisch, was das angeht. Denn die Leistungen sind seit Ende der Hinrunde Woche für Woche schlechter geworden. Die Systemumstellung hat zwar gezeigt, dass er ein bisschen flexibel ist, aber die hat viel zu lange gedauert. Und jetzt auch mit dem neuen System weisen wir immer noch richtig viele Defizite auf. Ich bin ehrlich, wenn man mal schaut auf Bochum und Schalke, wie die das machen. Die spielen ekligen, aggressiven Fußball, verteidigen mit Herzblut. Und dann erzwingt natürlich Bochum, hat er recht, die verteidigen mit allem, was sie haben. Und dann erzwingt Bochum so natürlich auch Sieg. Ich meine, das war maximal glücklich. Wie heißt der, Masovic hätte vom Platz fliegen können müssen. Der hat dann das Tor gemacht. Hatten aber auch Pech, die hätten noch einen Elfmeter kriegen müssen. Aber hatten dann halt auch das Glück erzwungen. Haben einen super Keeper hinten drin, der die da drin gehalten hat. Am Ende dieses Wahnsinns-Solo von Sorbus Leih nur an Innenforsten. Aber ja. Nur unsere Punkte mit schönen Spielen zu holen. Aber das ist ja auch noch nicht schön, was wir spielen. Das ist nichts ganzes oder nichts Halbes. Und Sandro Schwarz ist für mich als Trainer auch langsam einfach ein bisschen überfordert mit der Situation. Er hat einen Punkteschnitt von 0,81. Das ist fast der gleiche Punkteschnitt wie Korkut. Und im DFB-Pokal sind wir in der ersten Runde rausgeflogen. Guck mal, wie viele Punkte brauchen wir denn jetzt noch? Sagen wir mal, wir haben Glück und wir kommen mit 31 Punkten durch. Das sind 10 Punkte. Wie viele Spieler haben wir jetzt noch? Aber 10 ist schon ein bisschen wenig, so wie die ganzen Mannschaften unten performen. Was denkt ihr, wie viele Punkte brauchen wir noch? Um sicher nicht abzusteigen, auch nicht Relegation. Was sagt ihr, wie viele Punkte brauchen wir? Neun. Neun Spiele? Neun Spiele haben wir noch, ne? Wie viele Punkte brauchen wir noch? Neun Punkte werden bestimmt nicht reichen. Neun Punkte? Meinst du, mit 30 Punkten sind wir auf einem direkten Nicht-Abstiegsplatz? Die fangen doch alle an zu punkten jetzt hier. Ich meine, gut, die haben auch noch, irgendwann enden auch Serien. Elf, sagt Dennis. 36, also insgesamt. 10 bis 11. Ich glaube, 33 Minimum. Ich bin ja davon auch, ich sage ja auch 31 reichen. Habe ich zumindest am Anfang gedacht. 13, 14 Punkte. 12, 11, 12. Also ich sage mal so, der Schnitt von euch sagt 12 Punkte. Wir haben jetzt noch neun Spiele. Das heißt, wir bräuchten jetzt einen Punkteschnitt von 1,33 Punkten. Der Punkteschnitt müsste sich von Sandro Schwarz über einen kürzeren, es ist ja einfacher, über einen kürzeren Zeitraum das zu schaffen, als über einen langen. Wir haben jetzt irgendwie drei Viertel der Saison gespielt. Er müsste jetzt, tja, wir müssten jetzt bei 12 Punkten den Punkteschnitt um mehr als 50% verbessern. 11 Punkte, 12 Punkte. 12 Punkte sind drei Siege und drei Unentschieden in neun Spielen. Also noch drei Niederlagen. Aber wir haben halt noch mehr als drei Auswärtsspiele, ist das Problem. 11 Punkte, drei Siege und zwei Unentschieden. Vier Niederlagen. Alter Schwede. Wir spielen zu Hause noch gegen Stuttgart und gegen Bochum. So, die müssen beide schon mal safe gewonnen werden. Dann auf Schalke. Gut, wir wissen nicht. Oder einfach vier Siege, ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir nochmal vier Mal gewinnen. Deswegen habe ich gesagt, drei Unentschieden. Gegen Schalke könnte man gewinnen, aber in der derzeitigen Verfassung spricht auswärts sehr wenig dafür. Danke für 100 Bits, Dennis. Das soll ich jetzt einfach mal machen. So, wo können wir jetzt noch die Siege holen? Sagen wir mal an Freiburg ein Punkt. Das wäre ja schon das... Okay, machen wir es realistisch. Wir verlieren beide Spiele. Freiburg 2-1. Leipzig 3-0. So. Haben wir noch sieben Spiele. Auf Schalke. Mit viel Wohlwollen würde ich sagen 1-1. Zuhause gegen Bremen. Vielleicht. Vielleicht an einem sehr guten Tag. 2-1. Da holen wir definitiv keinen Punkt. Stuttgart. Ja, da musst du dann gewinnen. Da musst du gewinnen. Dann bist du... Ne. Sagen wir mal 2-1. In Köln. Wenn es für Köln nochmal um richtig was geht. In einem Heimspiel am Ende. Wenn die ihre Negativ-Serie vorbei haben. Klar, eigentlich im Moment könnte man gegen Köln gewinnen. Aber wahrscheinlich ist deren Schwächephase dann vorbei. Ne. Glaube ich nicht, dass wir in Köln gewinnen. Also da müsste sich alles ändern jetzt nach der Pause. So zu Hause gegen Bochum. Und auswärts in Wolfsburg kann man vielleicht einen Punkt holen. Wenn es für die um nichts mehr geht. Wenn es für die noch um was geht, verlieren wir da wahrscheinlich 2-0. Also wir hätten 31 Punkte, wenn das reichen sollte. Aber nur, wenn wir gegen Bochum gewinnen. Gegen Stuttgart gewinnen. Gegen Bremen gewinnen. Und gegen Schalke unentschieden spielen. Ansonsten könnten wir noch gegen Bremen verlieren. Wenn wir in Köln dafür gewinnen. Wir können auch gegen Schalke gewinnen. Auswärts. Wobei wir uns auf Schalke jetzt nicht so oft gut getan haben. Außer damals, als ein Dank kam, das 2-1 gemacht hat. Oder wir holen einfach mal unerwartet Punkte gegen Freiburg. Ein 1-0. Das wird noch ein echt harter Weg, Alter. Da gibt es jetzt nicht mehr viele Aussetzer, die man sich erlauben kann. Lustiger stehen wir auf Platz 16 nach 25 Spieltagen. Wir haben keinen Ertrag aus unseren Spielen so richtig gefordert. Und ich bin ehrlich, ich bin von Sato Schwarz immer und immer weniger überzeugt. Zumal es für mich nicht nach einem wirklichen Plan aussieht, wie wir denn da teilweise auftreten. Und ich finde, man muss ihn langsam auch in die Verantwortung nehmen. Allein wenn man sich unser Mittelfeld anschaut. Das ist so unkoordiniert. Da ist kaum Struktur drin. Allgemein, das ganze Spiel, kaum Struktur. Kaum Automatismen. Und seine Einwechslungen. Ich sage dazu kaum mehr was. Wobei die Einwechslungen jetzt okay waren gegen... Also hätte ich jetzt auch nicht groß anders gemacht. Jovitic und Luke Bakio gebracht. Was ist denn das? Kenny? Also das ist... Ach komm, Duxer hat auch schon so viele Chancen vergeben. Der hat jetzt zweimal getroffen. Der ist doch bei euch selber als Chancentod verschrien. Aber im Moment hätten wir... Also mit so einer Leistung wie gegen Bremen hätten wir keine Chance. Andersrum muss man auch sagen, wir spielen ja zu Hause nicht so schwach wie auswärts. Das ist der Vorteil, dass wir gegen Bremen zu Hause spielen. Das ist ganz übel und ich bin echt nicht zufrieden. Ich glaube man sieht schon wieder, dass ich heute ein bisschen traurig bin, was das angeht. Weil die Stimmung in dem Video nicht so großartig bin. Aber ich möchte auch mal ein bisschen was von der Seele reden. Zumindest was Sando Schwarz angeht. Denn Woche für Woche bin ich weniger überzeugt. Wir sind einfach nicht erfolgreich in Sando Schwarz. Wir holen nicht die wichtigen Punkte und wir haben auch teilweise keine Qualität. Das ist momentan sehr, sehr schwach, wie wir spielen. Vor allen Dingen, wie wir mit dem Ball spielen. Dass wir mit dem Ballen nichts anfangen können. Dass wir die Bälle nach vorne preschen. Aber dann auch dort kein taktisches System herrscht, wie wir denn agieren wollen. Es ist ein katastrophales Passspiel. Man spürt kaum Willen und gar keine Spielfreude. Und ich finde, dass langsam Sando Schwarz für mich an der Zeit ist, sich zu hinterfragen. Ich habe das Gefühl, die Jungen stehen da nicht, weil sie Bock auf Fußball haben. Sondern weil sie da stehen müssen. Und das machen halt eben Schalke und Bochum eben anders. Und deshalb stehen die auch momentan vor uns. Beziehungsweise Schalke steht hinter uns. Aber sind vermehrt. Das dauert nicht mehr lange. Dann steht Schalke auch vor uns. Die haben jetzt die ganze Rückrunde nicht mehr verloren. Und ich bin ehrlich. Ich bin nicht dafür, ständig den Trainer rauszuhauen, wenn es mal nicht läuft. Aber der Abstieg ist teurer. Und wenn wir zu lange auf den falschen Trainer setzen, dann wird es unfassbar eng mit dem Abstieg. Denn momentan sehe ich da kein System hinter. Und sehe auch nicht, wie wir den Klassen halt halten wollen. Zumal eine Sache muss ich noch kritisieren. Unsere Standards. Was machen die im Training? Trainieren die das überhaupt? Also das frage ich mich wirklich. Ich habe es vorhin schon ausführlich in meinem Talk da gesagt. Aber das frage ich mich wirklich. Das kann mir doch keiner erzählen. Immerhin kam der eine Standard auf Niederlechners Kopf, wo es noch 0-0 stand. Der war dann zwar auch völlig ungefährlich. Aber es ist wirklich unglaublich. Sehr Wahnsinn. In der letzten Saison war es ähnlich. Bevor Felix, Margaret und Mark Furlingham kamen, hatten wir kein Standard gegen Tor. Beziehungsweise kein Standardtor geschossen. Als dann Furlingham zusätzliches Standardtraining angeführt hat, haben wir plötzlich drei Standardtore gegen Hoffenheim geschossen. Und haben auch in der Relegation nur wegen Standards gewonnen. Da wissen wir, der Marvin Platten hat mit seinem Zauberfuß dieses Tor erzielt. Und eben auch Derek Boyata. Von daher ist das auch ein Punkt, den man kritisieren muss. Aber diese ganze... Ja, warum hat das dann auf einmal... Ich meine, vorher hat ja Platte auch katastrophale Standards geschossen, bevor Margaret da war. Was haben die denn da anders gemacht? Und warum haben sie dann wieder damit aufgehört in der neuen Saison? Warum haben in diesen entscheidenden Spielen die Standards so gesessen? Er hat absolut recht. Wir sind eigentlich in der Liga geblieben durch die Standards. Das war gegen Hoffenheim so. Das war dann im Rückspiel gegen HSV. Zwei Standardsituationen. Wieso haben die da so gesessen? In der Debatte. Das ist sehr, sehr unfair, wie ich finde. Denn Sadon Schwarz macht meiner Meinung nach jetzt zumindest zur Hälfte der Zeit echt einen guten Job. Die Hinrunde war phasenweise echt gut. Er ist ein Trainer, der immer emotional dabei ist und den ich auch eigentlich in mein Herz geschlossen habe. Für mich ist nicht Sadon Schwarz der Hauptschuldiger in der Situation, sondern das Team. Das Team ist untrainierbar. Es ist ein zusammengestellter Haufen voller Flops. Voller Flops. Und das ist auch so lächerlich eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Klar, Bobic hat das schwer, aber wie er mal selber noch gesagt hat, ja, du brauchst Mentalitätsspieler. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt hier. Die Sommer-Transfers waren ein Desaster. Die Winter-Transfers zeigen jetzt auch langsam, dass sie sich auf dem Niveau der anderen Transfers angepasst haben. Aber trotzdem, wenn man irgendwie die Klasse halten will, dann ist ein Trainerwechsel die letzte Patrone, die man ziehen kann. Und für mich gibt es dann nur einige Kandidaten, die in Betracht kommen. Das ist zum einen Gisdol, Felix Magath, der sich natürlich diese Aufgabe nochmal antun würde. Das hat er ja mal in einem Interview mitgebracht. Antun würde ich mir die auch, wenn die mir 2 Millionen bringt innerhalb von 8 Spielen. Und hat eben ein paar Aldadei. Von daher würde ich mich von Sadon Schwarz trennen. Aber da man es jetzt nicht tut, wird es glaube ich zu spät sein. Denn es sind jetzt noch 9 Spiele. Und die Länderspielpause wird dann vorbei sein. Und dann sind diese 9 Spiele ganz schnell wieder vorbei. Dann sind es ja eben auch nur 8 Wochen. Und es reicht ja nicht nochmal, wenn man zum Beispiel gegen Freiburg oder danach, gegen wen treffen wir danach? Gegen Werder Bremen oder so? Wenn man dann verliert, dann ist es ganz schnell wieder vorbei. Und dann hat der neue Trainer kaum Zeit, sein System zu entwickeln. Das heißt entweder jetzt, oder dann wird es zu eng. Das ist so meine Meinung. Platte war ja auch nicht nur bei den Standards gut untermaggert. Er hatte doch auch gegen HSV noch diese eine Chance, wo er so frech aufs kurze Eck geschlenzt hat. Wo Heuer Fernandes wieder so weit vorm Tor stand, wo er spekuliert hat, dass er flankt. Der war auch völlig, der war auch so agil, ja. Muss man sich auch fragen, warum ist, warum war ein Platte da so agil? Und warum ist er jetzt, wo er eigentlich auch um die Chance auf einen neuen Vertrag spielt, Kapitän wurde, was ist denn da los? Momentan steht eine Sache für mich fest. Das Spielverständnis fehlt, die Spieler rennen wild rum, kaum Verständnis ist da, die Passquote ist eine Katastrophe, die Standards sind eine Katastrophe und trotzdem sind kaum Abläufe vorhanden, obwohl Sano Schwarz schon seit Anfang der Saison da ist und für mich ist es eine Personal, die man hinterfragen muss. Von daher würde ich hier irgendwie Sportdirektor sein. Würde ich so langsam zumindest mal an Sano Schwarz zweifeln und definitiv Konsequenzen aus diesem Hoffenheim-Spiel ziehen. Ich hoffe bloß einfach, dass die Heimspiele es jetzt raus retten. Aber wir haben nur noch vier Heimspiele. Gegen Leipzig ist ein wichtiges, danach gegen Bremen und dann gegen Stuttgart und Bochum. Daraus müssen wir mindestens neun Punkte holen und auswärts müssen wir liefern. Gegen Schalke muss ein Sieg her. Vier Siege sind noch Pflicht. Danach kann man sich entspannen. Und Sano Schwarz steht hier vor einer Riesenaufgabe. Du kannst dich nicht mal entspannen. Wer weiß, ob nach vier Siegen du dich entspannen kannst. Es kann sogar sein, dass wenn es ganz blöd läuft, dass es auch nicht reicht. Was für diese Aufgabe gewachsen ist. Das ist meine Meinung zu diesem Thema. Soviel zu meiner Meinung zum Trainerwechsel. Kommen wir nun ja zu zweitem Thema des Tages. Und zwar geht es um Triple Seven. Und zwar kam heute Morgen ein Bericht der Süddeutschen Zeitung Online. Und zwar ist die Überschrift dieses Berichtes Geld aus Saudi-Arabien bei Hertha BSC. Es geht nämlich darum, dass der neue US-Investor Triple Seven, unser neue Investor wohl um weitere Finanzpartner buht. Und dass dann möglicherweise auch Finanzpartner aus Saudi-Arabien kommen können. Um halt eben zum Beispiel die Geldflüsse zu erweitern. Ja, ich finde hier wird schon wieder ein neuer US-Investor, Triple Seven, unser neue Investor, wohl um weitere Finanzpartner buht. Und dass dann möglicherweise auch Finanzpartner aus Saudi-Arabien kommen können. Um halt eben zum Beispiel die Geldflüsse zu erweitern. Und ja, ich finde hier wird schon wieder sehr viel, ich sage mal, Wirrwer gemacht. Denn Hertha BSC kann ja dafür nicht. Das ist halt auch so bitter, ne? Das ist doppelt bitter, dass RB gegen Bochum verloren hat. Weil das ist genauso, wie Icke gerade geschrieben hat. RB muss gegen uns gewinnen, wenn sie noch in die Champions League wollen. Und die haben sich jetzt ihren Fehltritt erlaubt. Auch wenn die generell auswärts deutlich schwächer sind als zu Hause. Aber die haben sich ihren Fehltritt gegen Abstiegskandidaten erlaubt. Das wird denen wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Wie du sagst, die wollen in die Champions League. Die sind hinter Union jetzt, ja. Also, das ist wirklich, es läuft einfach gerade nichts für uns. Außer, dass ein paar Vereine wie Stuttgart halt auch nicht punkten. Weil sonst würden wir schon viel, viel schlechter dastehen. Hertha hat eben keinen Einfluss darauf, wie Triple Seven ihr Geld erlangt. Oder wie die Geldströme von Triple Seven sind. Man hat überhaupt, ich habe ja überhaupt keinen Überblick, wie die Investments von Triple Seven aufgebaut sind. Das ist ja mehr als nur eine reine Fußballsparte, sondern es ist ja ein viel... Wir hatten uns das, glaube ich, mal angeguckt. Oder ich habe mir das privat angeguckt, weiß ich jetzt nicht mehr. Die sind ja irgendwie auch sehr viel in der Luftfahrtbranche unterwegs. Haben ganz, ganz viele unterschiedliche Investmentbereiche. Könnt ihr euch mal angucken. Hatten wir auch mal gemacht. Auf der Homepage von denen. Und da war halt Fußball auch eine Sparte, wo sie jetzt halt reingehen und immer sich erweitern wollen. Und da brauchst du ja auch richtig ordentlich Kohle für halt im Fußballbereich. Man hat ja gesehen, wie schnell da 374 Millionen weg sind oder egalisiert sind. Oder wenn man sich Chelsea anguckt. Vor allem, wenn du dann sieben Clubs mit Anteilseigner bist. Aber Luftfahrttechnik war irgendwie auch noch eins der Hauptinvestitionsbereiche. ...unternehmen mit verschiedenen Budgetzusammensetzungen. Von daher weiß ich da gar nicht, wie sich die einzelnen Budgets zusammensetzen. Aber ich finde, hier wird schon wieder krass gegen Hertha BSC geschossen. Sehe ich auch so. Ja, vor allen Dingen auch gegen Bärche und Herrich. Denn dieser Triple-7-Deal hatte vor allen Dingen einen Zweck. Der Zweck war, dass wir auch die Lizenz erhalten. Und das ist ein essentieller Deal für das Überleben des Vereins gewesen. Das ist halt eben so ein Ding. Und hier kann ich, glaube, Hertha keinen Vorwurf machen. Ich finde, dass dieses saudische Geld, was ja noch nicht mal klar ist, ob es überhaupt kommt, hier extrem gegen Hertha BSC verwendet wird. Für mich ist das ein spekulativer Bericht von der Süddeutschen Zeitung. Und selbst wenn es so ist, ja, dann ist es halt so. Für mich wird hier aber deutlich überreagiert. Absolut. Da kann ich Mäppi nur beipflichten. So, wir warten auch mal ab, was jetzt da noch die nächsten Tage an anderen News folgt. Ähm, ja. Ja, an dieser Stelle war es erstmal mit dir. Was? Wenn es so ist, ja, dann ist es halt so. Für mich wird hier aber deutlich überreagiert. Nun ja. So, wir warten auch mal ab, was jetzt da noch die nächsten Tage an anderen News folgt. Ähm, ja. Ja, an dieser Stelle war es erstmal mit diesem Video. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nö, aber war ein gutes Video. Ich kann alle seiner Punkte nachvollziehen. Sehe es, äh, ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Und deswegen schmeiße ich euch den Link hier mal rein, dass ihr mal alle ein Abo bei Mäppi da, das selbst auch schon bei 3020 Abonnenten. Sehr guter Mann. Sehr guter Mann.